Thema Steigerung im zweiten Satz. Ihr seht es hier, 2,5 Kilo mehr, also das heißt ich gehe 5 Kilo hoch. Mag für die einen oder anderen, wenn ihr das in eurem Studio so macht, lächerlich sein. Ich kann euch aber eines sagen, der zweite Satz in der zweiten Übung. Das ist jetzt schon so, dass mich das maximal ansprengt, denn der Terrette, also Rücken, Trizeps, ist der vorletzte, weil da kommt noch die Bauchmuskel. Und das alles immer in einer Stunde, also das ist nicht ohne. Der Überschenkel brennt jetzt schon. So, der zweite ist der Wahnsinniger. Ja. Die Umstellung von Masse auf Definition des Hardcore. Der erste, der zweite ist ja. Dürfenst du, was es nicht? Dürfenst du diesen Abend? Ja. 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 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10